Jetzt hab ich den Bildschirm hergemacht. Da bin ich gerade gestellt. Ich bin Zweiter, Alter, bitte! Sei einmal sozial und lass mich das... Ich mach doch gar nicht! Nimm den da hinter mir weg, den Scheißhämorrhoiden! Ich versuch's... Der Hund, der kratzt... Schau, wie er's drauf anlägt, ey! Dumme Sau! Verpiss dich! BUNZ! Alles gut, ich hab doch den getroffen... Ja, na, dust mich... Na, verdammt, Alter! Ha, komm, Alter! Strick! Na, na, einfach... Oh, weh! Und da ist... Hat alles gehört? Gerade ein Trompetenkäfer gewesen, unabsichtlich draufgesteckt. Nicht! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Kannst du nachher nochmal machen, wenn die Kuno da ist! Ha, ha! 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 Was ist denn? Es wird ein Walnussbaum. Ich hab ihn! Lasst es mich in Ruhe! Pisset euch! Meiner! Ja, sehr geil. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, geht's weg von mir! Geht's weg von mir! Nein! Lass meinen Binguin in Ruhe! Greif meinen Binguin nicht auf! Er steht unter Atemschutz! Hast du irgendeine tierpflegerische Ausbildung, du Hund? Nimmst mir einfach meinen Binguin weg! Hast du den Schmäh jetzt gehört, oder? Erinnert mich an Spongebob, der Film. Ich auch nicht. Hahahaha! Hahahaha! Richtig witzig, oder? Der sch**es Eiswagen fährt neben mir, als hätte ich einen VW Polo an drei Cylindrigen, oder? Das heißt, wenn du das erzählen kannst, dass der mit mir mithalten kann, oder? Ich hab ein Ansatz geschlutzt auf meiner Mutter, mit der können die kleine Kinder wegsagen, oder? Und da fährt ein ver*****er Eiswagen, der was einfach mit der Fahrzeug. Das ist ja nicht normal! Ja. Gibt doch Gas, Remoro! Jawohl! Wo war denn da irgendetwas im Weg? Jawohl, Alter! Jawohl! Gebt euch den Freiflug! Alter Schwede! Wenn ein Weißkopfsehördler mit 14 Metern Flügelspannweite das fliegen lernt! Jetzt habt ihr es live gesehen! Ehre, wie geil der Treffer war! Wen hab ich jetzt erwischt? Wen hab ich jetzt erwischt? Bitte sag's mir, wenn ich da erwischt hab! Alter, der Hund ist durch die Luft gesegelt wie Durchfall, Alter! Richtig geil! Wenn du Flitzekacke hast und niesen musst, original! Genau so schaut das aus! So, jetzt geh mit um a gleich! Naa, du kleiner dreckiger Haubbrunz, lass von einem blumen Hund da! Grifst mich so deppertau das für ich, Alter! Kunt ich schon die... Na! Alter, er kriegt kleine Mit, dass er mit dem Zahnbürstchen ins Leere fährt, der dumme Hund, Alter! Ich tritt euch schon in die Eier, dass er heute schon brunzen muss! Ja, Herr Gruber! Herr Gruber, warten Sie auf mich! Herr Gruber! Herr Gruber, Sie haben Ihre Geldtaschen voll! Herr Gruber, gehen Sie ein bisschen runter vom Gas! Da ist Ihr I-Card drinnen! Wie wollen Sie denn Ihre Tabletten das nächste Mal holen? Herr Gruber! Hallo! Herr Gruber, wir wissen, Sie hören schlecht! Bleiben Sie bitte kurz teil! Nein! Ich wollte Ihnen noch die Geldtaschen zurückbringen! Der hört nichts, tut mir leidlein. Ich hab's probiert, was ich machen! Alter, Alter, Alter! Ne, 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 ne! He! He! Was! Jo! Nein, sie... Soll ich dir umgetragen, oder was?! Ja, und der Real Flame... Alter, das ist doch... Das ist doch Beschiss! Das kann man ja sonst wer da zählen! Der kommt schein um die Kurven und ich muss fast stein bleiben! So wie jetzt! Das ist nicht mehr! Du Versch... Ich steim doch jetzt! Ich hab' keinen Bock mehr! Lohnt es sich, den Booster zu kaufen? Jetzt ist der Tisch auf der anderen Seite... Lohnt es sich, den Booster zu kaufen? Jetzt... 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 Meine Frage an dich... Was für Erwartungen hast du vor einem Booster? Damit ich dir jetzt sagen kann, ob es sich lohnt. Wenn du jetzt glaubst, dass er die nächsten drei Steuerausgleiche für dir machen wird, dann muss ich da sagen, nein! Es zahlt sich nicht aus, dass du ihn kaufst. Wenn du glaubst, dass er für dich zwei Jahre lang dein Zimmer aufräumt, nein! Dann zahlt er sich nicht aus! Wenn du aber einen Booster haben willst, der was dir ein bisschen pusht, damit du lernen oder länger zocken kannst, dann ja! Also... Ausrufezeichen Booster in den Chat, wenn wer noch einen Booster sucht, der was einem beim Gamen und beim Lernen hilft, ich finde ihn richtig geil! Skill Energy! Vegan! Zuckerfrei! Made in Austria! Ich feiere am meisten Beach-Eiste, also Pfirsicheiste! Du schmeckst nicht einmal, dass es ein Zuckerfreier ist! Und... Mit dem Rabattcode... 93... Butterblume10, kriegt ihr noch einmal 10% auf alles, was ihr im Warenkorb drinnen habt! Ich trink ihn gern! Was? 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 Was ist passiert? Wir brennen ja auch! Fühlt euch niemals persönlich angegriffen! Aber ich hab kein Problem mit euch und das wisst ihr auch, dass ich euch... Jetzt reicht's! Der Scheiler... Du, der schaut nicht gar so gesund aus! Ich würd nicht jeden ausschreien bei dir! Alter, du hast grad gesehen, wie ein Stock untergeht und jetzt schreist jeden Trottler, der was im Wald um ihn anheutscht! Bin du für ein Fertiger! Das kann ich auch jetzt schon sagen, wer das da drin ist! Das ist der Santa Claus mit seinen Rentieren und der hat Weihnachtsgeschenke für die, du Wappler! Hau ihm gleich drüber, die Lampen über die Bieren! Schau ihm zu beim Jausnen! Alle meine Ängchen schwimmen auf dem See! Köpfchen unters Wasser, ein scheiß Beidl in die Höhe! Hast du ein Haustier? Nein, wirklich nicht! Kommt drauf an! Ab und zu, wenn ich in der Früh aufs Klo geh, hab ich schon Angst, dass es einmal ausgerallt aus dem Porzellan und Papa zu mir sagt! Nein! Was tu ich?! Ich brauche ihn! Ich brauche ihn! Sehr gut, das passt mir gerade gut! Nein, 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 nein! Alter, wenn ich jetzt runtergeschossen... Jetzt ist der Sch*** selbstschüttel runtergefallen! Alter, geil, geil, geil! Leute, das wird der Erste! Das wird der Erste, Alter! Er wird Erster! Halt's euch fest, Alter! Reibt's euch an der... Marquai ist Erster geworden! Halt die Gauschen! Ihr hätt's es nie gehabt! Ich hab's selber nicht gehabt! Da ist der Beweis! Richtig geil, Alter! Ah, Sch***, hab's gewusst, ihr recht seht! Haut's in Anlage aus! Haut's in Anlage aus! Verdammt jetzt nie! Geh mal in der rechten Runde! Verrät, Alter! Der hält weniger aus, wie die weißen Controller. Ah, wie, der DNF? Ach, so. Du bist wie's Gurkel beim Sch***-Schissburger! Keiner will dich, aber du bist überall dabei! Vanille-Kaffee! Vanille-Kaffee! Der Gruber... Ja, geh, komm, Alter! Geh nur ein... Du Hund! Der sch*** versch***ne, dreckige, aufbrunste My Little Pony! Einhorn versch***ne Rosa! Ich komm den aufzünden, Alter! Probier's gar nicht, Haberer! Du kriegst gleich den ersten Kick wieder mal! Du mit deinen sch***en Anzünden! Wir spielen grad kein Team-Play! Ja, genau! Jetzt hab ich den Bildschirm hergemacht! Jetzt hab ich den Bildschirm hergemacht! Österreich im Mediamarkt? Nein! Wir haben auch kein Geld in Österreich! Wir handeln nur mit unseren Viehbestand! Ich muss jetzt wieder drei Schafe lönen, damit ich den neuen Bildschirm hab! Das ist echt wüt! Ich zeig euch, bald ist mein Stall auch! Oh weh! Da ist nicht mal Hundeschul, Alter! Und schon wieder Eiswung, verdammte Sch***e! Irgendwann verbietet die Sch***e auf meinen Server! Jedes Mal ist ein Eiswung dabei! Und ich f***e mich die ganze Zeit! Der übergeht die unten versauten, hundstreckigen Sch***e-Pilautos! Alle miteinander im Reaktor knuckelt, Alter! Es ist ein Wahnsinn! Alter! Ich schwöre dir, ich werde dir Eistütten nass machen! Und dann wird sich... Alter, wie brei ich werde es in meiner Hund zu quetschen! Und wie ein nassen Vetex ausdrucken wäre es! Ausdrucken wäre es, du Hund, du Teppata! Alter! Du Schirchelrotz! Jedes Mal ist das Gleiche mit dir! Kampf der Giganten! Komm her, Alter! Komm her, Alter! Ich leg deine auf, Alter! Ich zieh deine an! Alter, ich bin professioneller Mausbirnbaumrötler! Komm her, ich brauch deine Birnen! Bleib stein jetzt! Ja, ja! Alter, und jetzt halt ein Vollkontakt! Komm her! Alter, schaut euch das an, wie ich den Eiswagen angetränkt hab! Mit meinem verschissenen Dixi-Klo! Alter, wer hat da die Hosen an? Wer hat da... Scheiße, ich bin gleich hin! Hast du dein Training vergessen? Ja! Oh, meinst du mich? Ich dachte, die gefällt mein Ton nicht! Alter! Alter, ich mein, Entschuldigung! Ich mein, Hut ab von seiner Selbstbeherrschung! Jetzt hätte ihm die Löffel so lang gezogen, Alter, dass ein Indien ist groß wachsen, Herrrat! Nach so einer Meldung! Sowas wie du gehört auch in Wald ausgesetzt! Du kannst nur hoffen, dass sich irgendwelche Mode oder so dazu... ...da bohren, dass die großziehen, Herrverer! Frissen Erdäpfel, du Rotz! Aber einen ungekochten, Alter! Oh, weh! Na, na! Alter! Jedes Mal, wenn irgendwas passiert bei dem Scheißspiel, ist ein F***er Eiswurm involiert in das Scheiße! Das ist echt schon einmal Karma! Das ist, das ist... Alter, Scientology ist das! Ganz normal! Das ist eine Verschwörung! Ja, genau, L***! Alter, hast deine Saukopp, Havara! Sonst hätte ich da jetzt einen Potsch... Herr, fährt sie mir hinten zum einen, Havara! Sie ist breit genug, dass du aufs Zeiten vorbeikast, du Hof, du Blöder! Was soll ich denn das? Fahr mit dein Sch*** McDonalds-Auto weit auf 4i und aufs Zeiten vorbei und fahr mir nicht oben ins Heck rein, du Rotz! Schau mir mal hin, schreiber! Was soll ich das? Ich hab kein Full-Kasko! Da hast du ein Halluzin! Ah, meine Haare, jetzt hab ich auch immer auf! Verdammte Sch***e! Ich hab schon viele Kannern gelernt, in der Öffentlichkeit flirten, mich an und wenn's zu mir kommen, schleichen sie sich, dann würd ich mal das Zimmer zusammenrahmen, dann schaut's wahrscheinlich bei dir daheim aus, als hätte da wer einen direkten Sch***e, wenn sie sich immer dann schleichen, sobald's bei dir daheim sind. Dann würd ich mal hinterfragen, wie's bei dir daheim ausschaut. Ja, Alter, jetzt reißt euch alle am Riemen! Weil sonst wachsen wir euch alle aus! Sch***e, Alter, meine Oma hat noch irgendwann einen Teppichklopfer! Ich hau euch die U**sbocken so aus, dass ihr ganz normal in der Prärie mit die Paviane mitlaufen könnt! It's a me, Mario! Alter, es werden immer mehr von der Eiswägen, Alter! Es ist wie a Sch***z-Zombie-Apokalypse, Alter! Fang einer mit dem Sch***dreck an, dann werden die alle infiziert und fangen alle mit Eiswägen zu fahren an! Und wie ist's provokant, alle die versch***e Eisdüten abhaben! Alter, ich spuck's schon die ganze Zeit! Kerzen halten länger, wenn man's nicht anzündet. Wenn ich mit dir fertig gewesen wär, Havara, dann hättest du ausgeschaut, als hättest du bei Walking Dead eine Nebenrolle gehabt, Alter! Dann hättest du am Zeichen vor irgendeinem Cowboylutschen gingen! Die Briefmarke sagt auch nix über die Adresse aus, ihr Kasperl, die schauen alle gleich aus! Brautl-Trissi, das hört man halt auch, dass du auch nur schulgegangen bist, damit du vielleicht ab und zu den Lehrern Apfelschenken hast können, dass du dich gut fühlst. Aber das war's dann auch schon dein Schulbesuch. Geh weg da hinter mir! Das gibt's doch einfach nicht! Alter, du bist ein Scheiß-Ur-Schachtel! Auf vier verschiedene Reifen! Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob die aus Holz oder Gummi fahren! Wie kannst du immer vor... Wie kannst du vorbeifahren bei mir?! Das ist der Schweigefuchs! Halt's nicht aus! Und... Ja... Ja... Ja, genau! Ich bin schon hier, Alter! Was soll ich denn? Erste Kurve und ich bin wieder vernichtet! Was ist mit euch alle? Hat keiner von euch traut, noch Bremsen oder was? Oder seid ihr alle zu blöd, um draufzutreten? Das ist das Metall! Nehmt der Kupplung! Einfach die Bremsen! Gut! Jetzt hab ich's grad vergessen! Links! So! Ganz links, was? Was? Sicher links! Na, scheiße! Oh, ich bin grad in Rage, okay? Ich bin grad in Rage! Man kann ja auf Kupplung tappen, man geht auch, ja? Genau! In der Mitte! So! Jetzt schau mal wieder, wo es weiter ist! Scheiße! Im Automatik ist sie links! Genau! Das wollt' ich sagen! Alarm! Alarm! Ja! Jawohl! Jawohl! Neun Kills, Alter! Ich bin einfach der Zerstörer! Was glaubts ihr, warum ich grün bin? Weil ich der versch***ene Real-Life Hulk bin, Alter! Ich bin ein Tier! Ein Tier! Nennt mich Butterfly! Hunde, der Puls ist normal! Das liegt an unseren Luftdruck! Naja, und ich steh dazu! Das bin ja ich! Das haben sie nach mir modelliert, das Baby! Ein paar Anabolikern gegeben und dann schaut der original aus wie ich! Und ich bin 29! Sag euch das nicht schon alles aus, was ich alles für euch aufopfere! Meine Schönheit hab ich verloren! Wie ich angefangen hab vor einem Jahr zum Streamen! Hab ich langes, volles, blondes Haar gehabt! Versteht's? Alter, ich hab ausgeschaut wie eine Meerjungfrau! Ein Jahr mit euch, alter Grau! Zerfledert wird, rupft die Heim nix mehr da! Scheiße, du kannst alles laufen auf meiner Platten! Jaaaa! Jaaaa! Ich könnt Altenpfleger werden! Weil von der Lautstärke her war ich optimal für jedes Altenpflegerheim! Weil da braucht dann keiner ihren! Und ich versteh sie nicht! Ich werd ihr ja schon so einig schreien! Dass ich weiß, was ich von ihrer will! Komm, ja, ich wechsel dir die Windel! Und dann hau ich dir deine Mütze hinaus! Was sagst du zu FIFA? Weiß ich nicht! Was sagst du zum mongolischen Bergzeugen? Hast du schon meine gestreichelt? Nein, also lass mich in Ruhe mit FIFA! Alter, ich tanze grad, schau, Alter! Schaut euch, wie geil er, Alter, einfach mit die Schulter zucken kann, Alter! Ja, ja, das meinte ich ja eben! Alter, fuhr der Move, Alter, fuhr der Michael Jackson in seinen jungen Jahren! Schaut euch das an, Alter! Mach mal Leertaste, springen geht's auch ganz gut dann! Ja, genau! Wow! Hihi! Schau, Alter, wie er's kann, Alter! Scheiße, Alter! Super Talent wiedergefunden! Wahnsinn! Schaut euch das an, Alter! Schaut euch das an, Alter! Bringst du auch Pullover oder T-Shirts raus mit deinem Logo? Alles vorhanden! Pullover, T-Shirts, Kaffeetassen, so wie zum Beispiel das da! Kapperl gibts, Dermaskoundl gibts, alles mögliche! Ausrufezeichen, Merch und da kommt der Link! Schau rein! Ahhhhhhhhhhhhhh! Das geht nicht! Da! Hat sich aber eigentlich genau angehört wie ein Moder, wenn er grad mit einem anderen Moder ums Revier kämpft und am Sterben legt, Alter! Fühlig! Baki, du Gfüller, haut der Hund einen ganzen Pit aus! Bist du wahnsinnig, jetzt hat die Frau zwei Monate nichts mehr im Kühlschrank wegen dir! Alter, das geht wieder zurück, das ist viel zu viel! Bist du deppert, Alter? Das kann ich nicht verantworten, du Rotz! Auf Ehrenbasis, danke für den Pit, Alter. Scheiße, der wird... Alter, das musst du dir mal deinem Banker erklären, wie du es jetzt zwei Monate lang noch durchbordern sollst. Ich hab dir gesagt, du sollst deine Lebensversicherung jetzt auflösen wegen mir, du Rotz. Ich hab einen Strauß geschlagen! Jetzt liegen wir... Alter! Mach die Robbe! Robbe! Mach die! Boah, ich glaub, ich hab dünn Schiss. Hört's einmal. Hört's einmal. Nein, ich kann's nicht hören, weil es wirklich dünn Schiss ist. Leute, ich geh kurz einen Abzwecken, weil sonst ist die Rosenlaschen alles. Haha, ich geh mal kurz. Ich brauch meine Ruhe beim Lesen, ich bin Legastheniker, ich brauch meine Zeit. Ich hab gesagt, ich brauch meine Zeit, du dumme F***! Alter, schaut euch einmal die Geschwindigkeit an, Alter. Mir kommt vor, wir haben gerade die Schalmauer durchgebrochen oder die Knierschäume ist rausgeflogen. Eins von beiden. Ein Gläischer hab ich gerade gehört. Wotl! Was? Ich hab so böse... Ich schief an euch, Alter! Mach die eine die Tür auf und dann zerpresst uns einmal in Kauf, Alter. Und ich lauf einfach weiter, Alter. Und da kommt gleich Big Mama in zweierer Form, oder was? Schau's da an, Alter! Bitte zieh euch da Hosen an! Das spielt Kinder! Nein! Nein, weil da... Weil da steuert wirklich, wär ich auch geko. Geh mal aufs Fabrikgelände. Oh! Nein! 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 Hahahaha! Alter, wie blödsau, Mann! Aber sowas vor den Bach rein! Alter! Das darfst du kaum erzählen! Das darfst du kaum... Alter! Wer gibt's das, ihr Schweine? Wer? Alter! 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 Wie zwei Fünfjährige, die, die, die das erste Mal Kontrolle in der Hand haben! Wie schlecht worden das wird! Alter, Level 10 schon wieder auf 20 Prozent! Jetzt geh, O**! Du gerade, O**! Kampf, du Haubrunsteuer! Sehst du denn, dass ich gerade beschäftigt bin? Kannst du einfach... Dein Scheißlein geradeln! Und fünf Zentimeter nach links bewegen! Dass du mir vorbeifahren kannst! Du Scheißlein geboren! Oh! Oh! Gleich steht er auf einmal! Alter! 156! Puh! Gutschauer gekommen! Gutschauer! Gutschauer! Ein ins Viech! Ein ins Viech? Hast du das bei deiner Ex auch gesagt? Oder wenn du mit ihr ins Bett hopfen willst? Ein ins Viech! Nein! Warum zockst du nicht einmal mit dem Montana Black? Weiß ich nicht! Ruf ihn an! Sag ihm, ich hätte Bocker! So ist ja einschleichen in meinen Discord! Kasperl! Weiß ich nicht! Wieso gehst du nicht zweimal in der Woche mit dem Brad Pitt frühstücken, du Wappler? Alter, was ist denn da passiert? Scheiß! Ich kann nichts mehr machen! Ola! Gut schaust du aus, Oma! Schau, schau! Ola! Ruf sie im Feuer! Da ist Exorzismus völlig! Mark Fry, hol mir runter da! Wieso in die Oma holen? Ich weiß nicht einmal, du bist zwischendig! Du bist nicht wie ein Apfel! Ich pflüchte wie ein Apfel, Leute! Ich hau dir die Rosenen aus dem Kopf! Ich bin im Krankenhaus! Was tust du denn dort, Alter? Ich weiß, das Essen tut es günstig, weil es die Krankenkasse zahlt, aber warum? Geht's um Mäcke, wenn du da hinten hast! Aber er ist süß, so entstellt wie er ausschaut! Bam! Ich bin's, Tim! Alter, sag mir, wenn du so auf die Welt kommst, sei mir nicht böse! Ich würd's versteuern, wenn du den probierst vom Wickeltisch zum runterrollen! Ich hab mir einen neuen Säßl! Ich hab mir einen neuen Säßl! Der ist so geil! 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 Schau dir das Sch**streck an! Schau dir das an! Das bekomme ich die ganze Zeit! Da geht nichts! Da geht nichts! Warum geht nichts? Machst du mir das erzählen? Wollten wir eine Gesprächsstunde, wieso wir zwei hübschen, he? Mastest mir irgendwas erzählen, fühlst dich irgendwie missverstanden von mir! Behandle ich dich nicht richtig! PASTE IRGENWOS NET! Ich kann auszucken, Alter. Wirklich. Es geht... Ich drehe dir durch. Nein, weil mit dem Tablet... Leute, wie oft im Stream, habe ich mich schon wegen dem Scheiß-Tablet ärgern müssen, Alter. Jetzt habe ich es neu gestartet. Es will einfach nicht. Jetzt hat er sich schon wieder hochgetan. Was ist denn da los? Die nachfolgenden Szenen sind für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Wer braucht einen einen Kontroller? Alter, ich habe ja gar nicht unendlich Munition. Das kannst du ja sowieso schon mal hochreißen. Richtig. Hab ja gerade gesagt. Alter Schwede! Alter, es wird beim Mediamarkt wieder 75 Zoller um 500 Euro zu machen. Gerda. Baconcheese, zweimal Baconcheese. Du läufst schon wieder Maus rein. Aber da zählen wir es keinem. Alter, die laufen... Wir haben mehr Maus als Kundschaft in unserem Ghost House. Ist euch das eigentlich bewusst? Wir haben eine eigene. Was brauchen wir noch? Noch eine Mozzarella-Pizza. So, wir haben eine Kelle von der Suppe. Voll mit der Tomate auf dem Boden, wo sie gehörte hin. So, sehr gut. Noch ein bisschen Mozzarella für die Pizza. Schnauze. Du hast gesunde Hände. Du siehst, Della, warum du nicht arbeiten? Hier haben du deine scheisse... Della, mache deine Arbeit! Rechtsklick! Wo haben du Pizzerin geschmissen? Verdammte Scheisse! Sky, was machst du? Wofür ich bezahlen? Du bezahlst mich nicht. Sei froh, wenn ich bezahle, ich dir haue in die Schnauze. Tu weiter jetzt. Mach Arbeit! Ich trau durch. Da kannst du nur zuschauen, da kriegst du Schädel weh. Alter, soll ich dir einen Fliegenbrater bringen oder was? Was machst du? Wo bin ich? Ich kann so nicht. Super! Jetzt fährt die Rotz das Mozzarella für eine Pizza! Wo ist sie, die Rotere? Verpisse dich, du kleine Scheisser! Komme du hier raus! Das mag ich auch so gern, Alter. Wo soll ich denn da raus saufen, Alter? Schaut euch das an. Wo soll ich denn da raus saufen? Wo soll ich denn da raus saufen? Der ist halt auf dem Tisch. Jetzt kann ich raus saufen. Genau so. Jetzt hat man schon richtig Spritze gesehen. Ich bin kein Lover. Alter, wir fahren da schon wieder verkehrt von den Halboffen, der abrunzt. Ja, Alter, schau hier aus wie ein Scheiss-Kengu! Was war denn das? Alter, ich werde gleich so super sein. Ich werde schon in Hava-Ra! Hapa! Ich begrüße Sie, alte, bei der Linie ÖBB für Arme. Wir fahren heute von Trübst-Rölln nach Genua-Sch. Jetzt richtig gewechselt. Komm her, du Bummelsau. Traf, Friesas, Friesas. Alles in Fünferl, Alter. Du wirst das brauchen, einen halben Kilo im Hosen-Sackel. So schaut's aus. Ja, ein bisschen dauert das. Ich weiß, ich habe keine Zeit, aber für die Mimis mehr. Macht dir keine Sorgen. Da hast du, Alter. Und jetzt verpiss dich, was zu viel Retourgeld erwatschen kannst haben, Alter. So, jetzt einmal probiere ich es jetzt mal. Denk mir. Ah ja, wirklich, du musst mit dem Arsch aufkommen. Und dann mit dem Schädel gegen den Scheißbaum klatschen. Genau das musst du da. Und gleich noch einmal. Der Fahrer hört laute, Alter, das sag ich dir, was der laute Musik. Alter, du hörst keine F***, aber wirst du mitten auf der Strecke stehen. Was gibt denn dir das Recht, da hinten irgendeinen Radau zu machen? Was ist mit dir? Wir gehen jetzt. Hast du vorgeheut? Nein, du W***hopf, du Anges***ter, Alter. Da ist die Dier. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Anananas. Ich würde sie dann bitten, dass sie den Bus verlassen. Sie haben eindeutig einen zu starken Alkoholkonsum hinter sich. Und es war, glaube ich, gescheiter, wenn sie sich da draußen auf die Bunk legerten und den Rausch ausschlafen, bevor sie mich mit noch so dumme Wortwitze plagen. Danke, Wiederschauen. Anananas. Schrei, teilsch, Alter. Was haben wir denn da? So, schau ich so aus, als können die Englisch, Alter. Erni, okay, sorry, I got caught with car next to me. Was will er, ein Gesicht? Ein Watschen ins Gesicht, dass er sich anspäut. Hab ich schon richtig übersetzt, oder? Ich weiß, mein Englisch ist jetzt nicht so gut, aber ein bisschen was kann ich, ne? Schau, der Tittenjohnny ist auch wieder mit. Aha, Tittenjohnny, Alter. Du hast da zwar deine Implantate leisten können, aber die Buskarte Nummer 18 war's teuer, oder was? Ich war immer schon ein ruhiger Typ. Ein ruhiger Typ, fragt's meine Mama, Alter. Der Arzt hat mir eine halbe Stunde in Arsch rausgehabt, bis ich das erste Mal geschrien hab. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, was willst du noch? Einfach, super. Ich bin so höflich heute. Was ist denn? Druck's aus! Also mir wär die Mauzi jetzt momentan echt schon lieber. Was? Ich hab schon weder einen, der was 18 Euro haben will, Alter. Da waren wir. Und das ist ein Foto von meiner Katze. Sie heißt Guggerutz. Wär mir zehnmal lieber, Alter, als wir die ganze Zeit da. Der Massengeld da. Zifahrkarte. Gott sei Dank. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maunzi. Weißt du was? Da ist ein Foto von meinem P***. Der heißt Godzilla. Keine Ahne Ausdruck. Alter! Da hat schon wieder eine zu viel gehört, Alter. Was ist denn mit dir los, Alter? Weißt du was? Zehnerl, ich hab zu viel. Was soll ich machen, Alter? Was soll's so? Fahr mal in die Schicht, oder was, Madame? Mrs. Ich hab nur einen 20er eingesteckt und geh im Busfahrer richtig auf die Nerven. Schon? Ja? Was arbeiten Sie? Ah! Putzfrau? Okay, passt. Ausgerät. Ich brauch eine für meine Wohnung. Cool. Sie haben Interesse? Freut mich. Stundensatz? Vier Euro. Damit du die nächste Buskarte richtig zahlen kannst. Sehr schön. Passt. Ausgerät. Ist eh schon wurscht. Ich bin sowieso schon außerdienstlich unterwegs. Was da ist? Ein paar Fünferl tun dir auch nicht geschickt. Die gefallen dir sicher auch. Weißt du, die sind so rötlich. Gefällt dir sicher. Du schaust mir so aus, als wäre so Kupfern dein Lieblingsfarb. Deswegen bin ich ja nicht so. Danke. Und jetzt verpiss dich auf deinen Sitzplatz. Super. Deine Busse... Schau dir deinen B***er an. Ich mein, no provokanter. Kannst nicht vor dem Bus da hinspazieren. Geht's dir nicht ganz gut. Schau dir aus dem Bett, dann kriegst du nicht weg aus. Was ist denn jetzt? Willst du jetzt nochmal verpust? Ich trau das knack. Havara. Schau dir aus dem... Alter. Mach dich die auf. Was ist dein B***ing Problem, Alter? Havara, haben sie dir ausgelassen, als ein Pensionist nehmen? Wo ist deine Pflegerin? Warum kann ich den Simulator keinen Seitenscheitel ziehen? Wissen Sie was, so wie der ausschaut? Lass mich an die Musi huchen. Nein, weil da hab ich Angst, dass er mich ausspuckt, wenn ich ihn anröse. Schau dir den an. Mach einen Bauchdienst, du Wappler! Ja, danke! Schau dir aus dem Bett, dann 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 schau dir aus dem